A-N-G-I-K-A Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Sie malte gerne Porträts und machte gerne Musik. Ihre erste Liebe war ein Geduld, aber die zweite Liebe war richtig. Sie war ein Laufen-Families-Team mit Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Sie lebte zuerst in der Schweiz und dann mal in schwarzem Berg, danach in Dortmund, am Ende dann in Ruhe. Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Die Reise von der Schweiz nach Dortmund, dann war lang. Sie fuhren mit der Kutsche, ohne Navi, ohne Strom, nur mit Katzenlicht durch die Nacht. Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann In den Jahren, wo sie gifte, gab es keine Autos, Bezüge, Bahnen, Busse, Internet und auch kein Facebook. Das muss man sicherlich lesen. Sie sind Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Angelika Kaufmann Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Rock and roll Rock and roll